Eine Folge von Einzelbilder Eine Folge von Einzelbildern wird auf die Leinwand projiziert. Immer schneller wird die Bitfrequenz. Bei 24 Bildern in der Sekunde kann das menschliche Auge die einzelnen Bewegungsbilder nicht mehr auseinanderhalten. Ein lückenloser Bewegungsvorgang wird vorgetäuscht. Das ist Film. Einzelbilder Geht doch in Ordnung heute Abend. Was soll denn in Ordnung gehen? Zum Bowling. Habt ihr schon alles festgemacht? Wieso? Nein, ich dachte. Naja, das hast du gedacht. Du. Lass uns doch lieber ins Kino gehen. Du, mit einem ewigen Kino. Du brauchst ja nicht mitzugehen, wenn du nicht willst. Ich find schon jemand. Ist ja nur neidisch, weil Klaus mich bestimmt mit dem Wagen abholt. Wagen willst du den Klapperkasten? Immerhin besser als laufen. Heute ist mir mein Herz so schwer. Denn ich träume von deinen Tänzen und von Füßen, weil mein Herz so zieht. Komm bitte mit bunten Grenzen, wann geh ich vor dir zurück. Insel der Liebe, Jamaika, wann werd ich dich wiedersehen? Glückliche Insel, Jamaika. Wir stören hoffentlich. Ach, du bist es. Na, ist das nie, die fordern sich immer noch zu Farbe fürs Bowling? Du sagst es. Ich geh ins Kino, und zwar mit Klaus. Bitte. Viel Spaß. Denn ich träume von deinen Tänzen und von Füßen, mein Herz so zieht. Hallo? Hallo, Dari. Ich rufe aus Rom an. Oh, Carlos. Ja, ich kann schon heute kommen. Ja. In 60 Minuten bin ich bei mir. Das ist ja fantastisch. Sehen wir unseren Flugplatz? Aber natürlich. Du, ich freu mich schrecklich. Ach, ich hatte solche Sehnsucht, Nostja. Soll ich meinen Wagen mal hier vorbeischieben? Moment mal. Moment mal. Also soll ich nun meinen Wagen schicken, oder nicht? Hallo? Ich glaube, es ist nicht nötig. Wieso? Bringt dich jemand zum Flugplatz? Juhu! Hallo, Dari. Bist du noch dran? Hallo? Also? Soll ich jetzt mal schreien? Charlie. Alles gut, dann geht's jetzt. Ciao. Voilà. Charlie. Oh, sind Sie schön. Danke. Ah, hoffe, Sie nicht gefallen sind. Ja, das ist wunderbar. Na, was sagst du dazu? Ich habe heute meinen neuen Wagen bekommen. Ich dachte, wir verbinden vielleicht gleich mal aus. Ich dachte, wir fahren vielleicht mal ein bisschen an den See oder ein bisschen im Gebirge herum. Nein, wir fahren zum Flugplatz. Wohin? Komm, du bist dran. Komm, Jasso. Wie spielst du dein Wagen? 20 vor 10. Hast du's eilig? Wo ist denn Gisela? Gisela? Er macht heute in Familie. Wohin? Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Komm, darling. Hallo, Charlie, wie geht's dir? Nimm Sissi mit zu dir. Danke. Untertitelung. BR 2018 Weißt du, Gloria, du solltest den Schlagersingern aufgeben und es bei der Bühne versuchen. Ist das nicht schwierig? Nein, gar nicht. Ich muss noch mal mit Katzenstein sprechen. Danke. Ein kleines Mitbringsel von meiner Reise. Nicht verredet ihr. Danke. Ich freue mich, dass er dir gefällt. Gloria, ich liebe dich. Gloria, ich liebe dich. Mensch, mit dir ist halt aber nicht viel los. Willst du wohl nicht schon gehen? Ja, das ist die höchste Zeit. Ich muss weg. Ausgerechnet heute muss deine Hülle streiten. Was soll ich machen? Ist dem Baujahr 9.30? Gehen wir noch ein Sprung ins Bijou? Ja, gern. Grüß dich. Grüß dich. Servus. Hallo. Wie geht's denn? Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Bitte, Gisela. Danke. Na, wie war's denn? Prima, war's. Ist die Aufstellung vom Club drin? Wo bleibt denn die Bedienung? Mensch, der verliert die einfach doch hausholen. Bestimmt, bei dieser Schlafwagen hat der nicht. Oh, pass doch auf. Entschuldigung. Was darf es sein, bitte? Das ist heute meine Sache. Drei Eis. Moment mal. Ich fühle mich keins mehr. Zwei Eis. Ein. Ein Eis. Ich weiß nicht. Bitte, wie ihr wollt. Also ein Eis. Ein Eis. Ich treffe meine neue Platte. Brauchst du nicht. Ich muss jetzt gehen. Da wir ja kein Auto haben. Sie haben einen Schlittenstreik. Also los. Komm, Gisela. Servus, Karl. Tschüss. Zwei Eis. Just kaufen. Ja. Tschüss. Musik 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 Also schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Die bewegte Wirklichkeit wird dem Film dadurch vorgetäuscht, dass in jeder Sekunde 24 Bilder projiziert werden. Singt die Bildfrequenz, beginnt das Auge allmählich verschiedene Bewegungsbilder zu unterscheiden. Schließlich bleibt nur noch das Einzelbild. Schlaf gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020